Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch noch mal einen Dashcam Test präsentieren, bevor es dann in der nächsten Folge mit dem bekannten Clipformat wieder weitergeht. Ich habe von Vandrew die Nexus N5 zur Verfügung gestellt bekommen. Hierbei handelt es sich um eine Vierkanalkamera, die dadurch erstmalig eine zweite Kameraperspektive für den Innenraum bietet. Zusätzlich dazu weist sie einige interessante Detaillösungen auf, die ich im Laufe des Videos noch zeige. Los geht's mit dem Verpackungsinhalt. Die Heckkamera hat trotz der integrierten Innenraumkamera das gewohnte Format und lässt sich im Neigungswinkel einzeln verstellen. Gleiches gilt für die Innenraumkamera, deren Winkel ebenfalls separat anpassbar ist. Die Frontkamera fällt relativ voluminös aus, was der Bildschirmgröße zugute kommt. Für sie ist optional ein Polfilter erhältlich. Die Bedienung erfolgt über die Schnellwahlknöpfe unterhalb der Kamera. Eine Besonderheit, die mir sehr gut gefällt, ist die Magnethalterung. Sie ermöglicht es, die Kamera schnell und ohne Fummelei zu montieren und wieder zu entfernen. Weiterhin ist der Knopf zum Speichern der Clips sehr groß und gut erreichbar. Der Zweck des abnehmbaren Deckels, unter dem sich dann der Slot für die Speicherkarte befindet, erklärt sich mir jedoch nicht. Der Winkel der Innenraumkamera lässt sich separat verändern. Zum weiteren Umfang gehört ein Demontagewerkzeug, die besagte Magnethalterung inklusive doppelseitigem Klebeband, sowie ein dreieinhalb Meter langes Ladekabel für den 12 Volt Anschluss. Komplettiert wird das Zubehör durch ein sechs Meter langes Kabel für die Rückfahrkamera, ein ein Meter langes USB-C Datenkabel, sowie einer wie ich finde sehr guten und detaillierten Anleitung auch in deutscher Sprache. Und ganz wichtig zuletzt die Sticker für den ultimativen Rundumschutz. Separat erhältlich ist eine Fernbedienung zum Speichern der Clips. Nachdem wir den Lieferumfang jetzt kennen, wird es Zeit, einen Blick auf die Bildqualität zu werfen. Die Frontkamera hat eine maximale Auflösung von 1944p und liefert insgesamt ein gutes Bild. Auch bei Gegenlicht und herausfordernden Lichtverhältnissen, wie das bei einer nassen Straße und Sonnenschein der Fall ist, findet sie zielsicher die richtige Belichtung, ohne zu dunkel zu werden. Wie viele andere Dashcams tut sie sich jedoch im schattigen Waldpassagen schwer. Aufgrund der Menge an Details durch die verschiedenen Konturen kommt es zur Blockbildung und das Video wirkt verpixelt. Entsprechend schwer sind Kennzeichen noch zu erkennen. Die Performance bei dunkleren Bedingungen hat mich am meisten überrascht. Hier wird für mich der technologische Fortschritt gegenüber den Anfangszeiten von Dashcams am meisten deutlich. In der Dämmerung sind noch viele Details erkennbar, während diese in der Nacht naturgemäß abnimmt. Die Leistung ist meines Erachtens aber sehr gut. Bei Umgebungslicht, zum Beispiel durch Straßenlaternen, wird das Bild kaum verwaschen, wie das früher noch der Fall war. Die Innenraumkamera ist für eben diesen ausreichend gut. Hier liegt auch weniger das Erkennen von Kennzeichen im Fokus. Sie hat wie die anderen beiden Kameras auch eine maximale Auflösung von 1080p. Bei Nacht kann eine Infrarot-LED automatisch zugeschaltet werden. Diese sehen wir hier im Hintergrund von der Heckkamera leuchten. Ohne Infrarotlicht sind Personen im Fahrzeug kaum zu erkennen, erst bei ausreichend Umgebungslicht. Die Heckkamera für den Innenraum bietet eine vergleichbare Qualität, mit der sich die Hinterköpfe der Passagiere großartig filmen lassen. Die Auflösung reicht jedoch nicht, um zum Beispiel die digitale Geschwindigkeitsanzeige des Tachos darzustellen. In der Infrarotansicht ist auch hier die Infrarot-LED der Frontkamera im Video sichtbar. Im Normalmodus ist im Innenraum ähnlich wenig zu erkennen. Die Heckkamera bietet einen ausreichend großen Blickwinkel und ein leicht schlechteres Bild als die Frontkamera. Positiv ist auch hier, dass bei Gegenlicht die Belichtung nicht zu dunkel wird. In der Dämmerung wird das Bild erwartungsgemäß etwas grisseliger, während bei Nacht nur noch wenig restlich aufgefangen wird. Bei Umgebungslicht sind bis auf Kennzeichen fast alle wichtigen Details erkennbar. Bis zum 27.11. gibt es die Kamera im Rahmen des Black Fridays bei Amazon zum Sonderpreis von 279,99 statt regulär 369,99. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir abschließend zu meinem persönlichen Fazit. Mit dem Kauf erhält man eine gewohnt hochwertig ausgeführte Kamera von Vantrue mit umfangreichem Zubehör und interessanten konstruktiven Lösungen wie der Magnethalterung. Der Zweck einer zweiten Kamera für den Innenraum erschließt sich mir persönlich jedoch nicht, weshalb ich weiterhin bei einer 2- oder 3-Kanal-Kamera zugreifen würde, die in einem niedrigeren Preissegment angesiedelt ist. Ich danke euch vielmals fürs Gucken des Videos und bis zum nächsten Mal.